Ja Leute, was geht? Youtube läuft zur Zeit nicht so gut mehr bei mir Ich bin auch da los geworden Da ist meine Wohnung Oh man, ich seit Jahren Da ist der Rudolf Das ist der Rudolf Wie ihr seht, wir haben kein Geld mehr oben rechts Und wir einmal Ein bisschen Servus Ranz Servus Ingrid Wir müssen uns wieder hocharbeiten Wir haben nur noch einen Taxwagen geklaut letztens Einfach mal ganz kurz geklaut Wir haben noch ein paar Waffen Mit nicht mehr so viel Munition Noch Messer, eine Machete Messer, ja Mehr habe ich nicht, mehr kann ich mir nicht leisten, Mensch Mehr geht nicht Da ist unser Wagen Und wir müssen unser Brot verdienen Dass wir mal von da unten Raus kommen, Leute So Ok Ich würde mal sagen, dass ihr meinen Job so benutzt, sagt Ok, wo ist unser erster Fahrgast? 400 Meter links nehmen wir uns Natürlich gibt's Franklin Nicht viel auf die Straßen und Verkehrsregeln Aber Leute, ihr solltet das befolgen Wir haben eh nichts mehr zu verlieren Also von dem her Und wir den ersten Fahrgast haben, ne? Servus! Servus Mensch, ist jeder Mensch Frau, ich würde mich nicht tun Ich würde mich nicht tun Ja, ich würde mich nicht tun Aber zum Glück haben wir den Alcool nein gesagt, ne? Zum Glück Wir haben zwei Kilometer Bis zum Ziel Alles Alles nur, dass wir wieder Ganz oben stehen UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Hey Leute! Er ist in mich reingefallen. Ich sieh's in ihm. Mein Gott! Ist er einfach schuld? Leute ähm... Das ist jetzt mal kurz nichts mit dem Let's Play zu tun. Kurz, äh... Und dann geht's hier auf! Fahr weg! Fahr weg! Der wird mich schlagen! Aua! Sorry Bro! Sorry Bro! Aber ich hatte Angst vor dir! Ähm... Ich nehm ihn mit der Elgato auf! Danke an meinen Kollegen und an den YouTuber Sanika Der ist... Der ist mir einfach gegeben und hat gesagt Hey Bro! Mauser Time! Und dann sind wir auf sich draußen gelandet! Ja mit der nehme ich auf! Ich hoffe das passt alles mit der Optik und so Ich kann noch ein bisschen was verändern Aber ansonsten... Boah! In den Drift rein! Boah! So! So wir sind gleich am Ziel! Oh ne! In den innerschönen Drift rein! Leute! Würdet ihr in so ein Taxi reinsteigen? Wir... Aua! Hey! Was war auf dem Burnrod ey! Was sag mal denn hier! Mensch! Ich mach hier keine illegalen Autoränder! Boah Leute! Ich sitz immer so falsch auf meinem Stuhl ne! Der Fuchs kann... Der Fuchs sag ich schon... Der Panda kann hier auf seinen Stuhl sitzen! So! Thanks! Alter! Danke Bro! 26 Trinkgeld! 199 Dollar! Hammer! Natürlich speichern wir kurz ab! Gerne! Aua! So! Wollen wir sagen... Den nächsten holen wir ab oder? Ah! Unser Ersten zu neun... 199 Dollar! Was ist das? Ah Leute! Aber wir haben guter Kontakt! Leute! Ähm! Ding wird jetzt... Oh! 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 Hey! Wo ist jemand denn hier? Ja! Wo ist Slime Rangers heruntergeladet? Das werden wir jetzt spielen! Ja! Wir haben ja jetzt das spielen! Alter! Vier Kilometer! Ich finde der wird mir so viel Geld geben! In meiner Familie... Halt! Ähm! Ich kenn einen... Der auch Taxifahrer ist in Deutschland! Ja! Ah! Mit dem hab ich keinen Kontakt! Neun zu zweit! Ja! So leider! Und wenn man mal ein bisschen in die Ego betrektiv geht! Du 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 du! So Leute! Ich hoffe meine Audi Qualität ist gut! Weil manchmal... Ziem bisschen... Ne? Och komm! Och die wir durchziehen! Och mein Gott! Och! Bro chill okay ich möchte von den 3000 Euro wenn du es mir nicht gibst dann haben wir ein großes Problem Leute ich habe auch einen Lenkrad wir können mal auch was anderes zocken aber das Ende ist vielleicht vielleicht Bro lebst du noch Leute wenn ihr den Zoll im Taxi einsteigt schaut mal hier von vorne an von der Seite aber wir haben noch TÜV bekommen das ist das Wichtigste Solange wir noch TÜV bekommen Alter der zieht der Wagen zieht Wagen zieht nach links ne? Glaub ich bisschen leicht So Komm schon Komm schon RUN 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 Das macht die Tiere Bo leute schafft man den Sprung Boah Bro chill Leute das war der geistes Song der Weltkrad Geht manöver Geht manöver Leider Danke Geht weg Mensch So Natürlich darf man auch Geisterfahrer machen So 100 Dollar Trinket Bro What the fuck hey Bro danke ich stehe voll in deine Schuld 309 Dollar 40 Dollar Leute Oh my god die Polizei braucht Hilfe Wer halten sie an? Alter der gegen Traktorfahrer Et es die Polizei nicht mehr Deine Leute behef in deine Polizei Hey Bro Behef in deine Polizei Er ist in der Tatooine. Oh mein Gott! Leid, das ist ein bisschen hier! Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott, ey! Bro, fang mal weg! Lass mal den Profil an! Alter, wir sind hier einfach bei der Polizei im Saat. Der Typ hat schon safe 3 Sterne. Hey Bro, ich halte ihn auf, ich halte ihn auf! Ich halte ihn schon auf! Komm! Komm, Bro! Ah! Ah! Shit! Helikopter ist durch! Huh! Er ist tot! Helikopter ist durchgezogen! Ein Bulle ist tot! Alter, was wir hier erleben! Okay, jetzt kann sie mir einen geben, ey! Alter! Einfach Polizei, dass er lebt! Das ist das System eines Taxi-Foxer! Das ist so einfach wie man lenkt! Das ist das System! Ich muss einsteigen! 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 1,7 Kilometer! Der wird nicht viel geben, aber besser als nichts! Wie wird man sagen? 70 Dollar, wir werden schon sein! Wie fragt man denn schon? Wir haben 548 Dollar, man! What the heck! Die PS12 ist schon drinnen auf jeden Fall! So! Komm schon! Run! Run! Mann! Leute, es tut mir leid, dass gestern noch immer so ein... Das ist ein bisschen unregelmäßiger, wie das kam, aber... Corona-Arbeit! Noch ein bisschen fertig! Oh! Oh, der! Ja, es macht mir sehr viel Spaß, Leute! Schau mal das Auto an, ey! So geil! Aber noch schneller, kommst du nicht ran? Nichts, du musst schneller, aber komm! Ja, seid jetzt hier! Sorry, Bro! Ich dachte, ich muss die anhalten! Und? 150 Dollar! 43 Dollar trinken! What the heck, Bro! Danke, Bruder! Danke! So! Leute, ich würd mal sagen... Ich würd mal sagen, das war's mal für die erste Folge von... GTA... Taxi Farrah! Einfach mal auf Baustelle für 5 Euro arbeiten! 10! Wir haben... 698 Dollar verdient! Und... Tschau die kann an! Kann man sagen, den reparieren wir mal in der nächsten Folge... Leute! Den reparier ich noch kurz später! Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder! Heute dann, Leute! Und ciao! Leute! Ciao! Ciao!